Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 16.11.2017 um 10.25 Uhr. Ich habe heute einen Tag frei, einen Ausgleichstag. Ich hatte noch ein paar Überstunden von einem Samstagsdienst und das nutze ich heute. Nadine wird heute vorbeikommen und mir die Haare schneiden. Also so viel ist es jetzt noch nicht, aber besser als in sechs oder acht Wochen. Dann gucken wir mal, was heute noch so ansteht. Zwei, drei Freelance-Sachen werde ich noch erledigen. Das wird eine halbe, dreiviertel Stunde dauern und dann wird heute gespielt, gespielt, gespielt. Heute Abend geht es ins Kino zusammen mit Julia zur Sneak Preview. Mal gucken, was kommt. Hoffentlich ein besserer Film als letzte Woche. Letzte Woche war so ein bisschen Ladies Trip oder so oder Ladies, was auch immer. Und das war lang und nicht so, wie soll ich sagen, nicht so unterhaltsam, wie ich es mir erhofft hatte. Naja, ja und ansonsten gibt es heute eigentlich nicht viel zu erzählen. Gestern war Brettspielabend in der Firma bei Freaks4U. Wir haben 19.30 Uhr erst angefangen und dann dementsprechend lang gemacht. Ich glaube um elf sind wir aus der Firma raus. Um zwölf war ich zu Hause, deswegen habe ich es auch gestern Abend nicht mehr geschafft, noch einen kleinen Stream einzuwerfen, sondern bin dann relativ zeitnah auch ins Bett gegangen. Ja, heute werde ich ein bisschen streamen. Mal gucken wann. Ich will ja noch offstream ein bisschen Assassin's Creed spielen. Das kann ich ja leider nicht übertragen, weil der Prozessor die Last des Spiels nicht verarbeiten kann. Oder er kann es schon, aber parallel dann noch OBS betreiben funktioniert irgendwie nicht. Von daher werde ich ein bisschen offstream Assassin's Creed spielen und dann denke ich mal ein bisschen Elite Dangerous oder sowas streamen heute. Ich weiß gar nicht, was ich in meine Schedule geschrieben habe. Da gucke ich gleich noch mal rein. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag. Kommt gut durch den Tag. Habt eine schöne Zeit und drückt mir mal die Daumen, dass heute Abend im Kino kein Horrorfilm kommt. Und dann sehen wir uns vielleicht später auf YouTube oder Twitch. Also dann, bis bald. Tschüss.